Finale! Hohoho! Finale! Hohoho! Wulff! Mach es! Letztes Spiel, der Druck ist auf deiner Seite! Prost! Komm, das letzte Spiel war so kacke schlecht, da kannst du das gar nicht machen! Und jetzt gewinnst du noch! Und? Alles safe! Ich dachte, der bricht jetzt aus! Biervulkan! Biervulkan! Wer ist ein integrierter Deutscher? Biervulkan! Oh Gott! Oh, gegen die Holländer! Klasanova! Der ist quasi richtig Klasanova! Der wird mich zerreißen! Der zerreißt sich in der Luft! Ja, Freunde! 88er, 85er Bewerbung! Volkau, Tevis! Der Juan, Marcia! Der hat dann auch aufgewertete Torbet, für den geht's wahrscheinlich auch um alles und nicht! Das hätt' ich auch machen müssen! Torbet aufwerten! Fuck! Hätt' ich Ulreich mal lieber drin, ey! Nee, komm, du ruhigst das jetzt! Seine Dreierabwehrkette ist nicht so stark wie die von uns! Komm! Wir spielen im Old Trafford! Schon wieder? Ja! Team Demolition! Da bin ich mal gespannt! Und Wulff! Bitte! Denk dran! Aufstieg! Ich werd' jetzt nix mehr sagen! Ich werd' jetzt nix mehr sagen! Halt die Fresse, ey! Ich dachte, du willst nix mehr sagen! David Luiz! Auf Iguain! Tevez! Jaaa! Kalejon! 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 Jawoll! Aufstieg! Jawoll! Jawoll! Im Points! Im Points! Junge! Da gibt doch mal den Im Points! Gibt das doch! Jawoll! Danke! Für die Subscription! Hey Boys! And welcome to the Division 2 Team! Jawoll! Sei optimistisch! Ich bin... Was? Das war optimistisch! Hoffentlich! Nein! Welcome to Division 2! Meine Damen und Herren! Ist das ein Blitzstart? Und jetzt noch mal genau so! Und dann Ragequid! Und dann gehen wir in die K2! Ja, Mann! Woo! Keiner hat das Tor wegen dem Cup gesehen! Ist mir doch wohl! Da musst du weniger essen! Ne? Oh Gott! Jawoll! Casillas freut sich! Zweite Minute Tor! Kose Kalejon! Komm! Woo! Dartmoment! Ist schon wieder WM oder was? Ne? Aber gleiches Premier League! Komm jetzt! So! Falcao! Auf Kroos! Komm! Lukas hat ja auch das Team von uns abgeguckt! Ich habe nicht so viele Coins! So! Davi Luis! Marschiert jetzt! Bringt den Ball auf Kroos! Der sieht die Lücke auf Lukas! Lukas! Ja! Wird schon mit der Hacke geklärt! So! Tevez! So! Ja! Zusammenspiel da! Ja! Setze ich aber durch! Tevez! Jetzt Tevez gegen Boateng! Ja! Ja! Was war das denn? Was war das denn? Wollt ihr denn schieben? Ja! Also Julian! Ne? Wollt ihr den! Wo ist denn der Schieber? Wo ist eigentlich der Schieber? So! Tevez jetzt auf der anderen Seite! Pass auf! Der wird bestimmt Loppenner Ecke! Voll in die Eier! Leute! Und sagt nur da heraus! Boah! Boah! Der spielt den Ball kurz! Pass auf, dass er nicht nach innen geht! Oh! Jetzt kommt die Flanke gut! Aber Casillas! Ist da! Hält den Ball super fest! So! Langer Abwurf! Zurück auf Casillas fast! Ramos! Deberry! Casillas! Langer Ball jetzt! Ne! David Luiz ist da! Fängt den Ball super ab! Und Marta mit dem Chip! Oh! Lukas der komplett frei! Wow! Das ist die Latte! Aber er macht es! Hat mich da schon etwas gewundert, dass er da so frei vom Tor steht! Ja! Und der Lukas! Ja! 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 Oh! Du bist schon mal besser als im letzten Spiel! Weil du hast schon mal ein Tor gemacht! Calejón! Mit dem Chip auf der anderen Seite! Der Teller setzt sich da durch! Ball verspringt! Ah! Außer Schritt! Dann ist er aber ein bisschen zu lang für den Argentinier! Ja! Die ist eher so auf Medium-Reya, ne? Und nicht so... Scheiße Absatz! Langer Ball jetzt von Boateng! Wird abgefangen von Mathieu! Für die Calejón! Auf Tevez! Higuain! 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 Ja! In die Lücke Tevez! Nein! Scheiße! Mist! Knappe Kiste da! Ribery will aber schnell den Ball! 18. Minute! Ribery kriegt den Ball wieder! Verspringt er! Scheiße! Und dann ist Luis da direkt da! Bringt den Ball auf Tevez! Wird aber super abgefangen für Mathieu Di! Stellt den Körper rein! Und jetzt Lukas auf der anderen Seite! Fehlpass! Marta bringt den Ball auf Tevez! Tevez! Ah! Nein! Kann er den Ball behaupten! Und dann ist Ramos da! Der letzte Spiel gefehlt hat! Und dafür springt der Ball nochmal Ecke! Wieder kurz! Wieder kurz! Falcao kommt da durch! Bringt den Ball in die Mitte! Und dann... War schlecht! Warum wird Diego Lopez gezeigt? Weiß ich nicht! Was? Weil er nichts kann! Hoffentlich! Aufstehen! Lukas! Mit der auf Tevez! Nochmal auf Igorin! Jetzt Kalejón über Außen! Wird da weggedrängt von Gnogan! Das war mein Foul! Ja, aber das Spiel geht weiter! Lukas holt sich den Ball wieder! Seitenwechsel! Sehr schön! Auf Ribery! Wird ihn direkt weiterleiten! Hätte er vielleicht nochmal annehmen müssen! Gucken! Aber... jetzt... Marta! Weil er springt wieder! Müsste wieder Ecke geben! Auf der Ecke kriegt, ey! Wieder kurz! Aufpassen! Lukas jetzt ganz nach hinten! Oh, Gnogan! Und dann passt er! Und dann passt er! Gnogan! Perfekt! 30. Minute! Haut den da! In den Knick! Und Kassias chancenlos! Was war das denn? Ja, wer passt denn? Guckt auch nur hinterher, ey! Ja, mehr als guckt! Oh! 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 Nochmal Matidi! 30. Minute! 1-1! Falcao! Falcao! Lässt sich da nicht vom Ball lösen da! Matau! Falcao! Wieder Falcao! Der war gar nicht mal so gefährlich, wie er ausgesehen hat! Aber trotzdem, dass er da zum Schuss kommt! Matudi wieder! Wo ist eigentlich Schweinsteiger? Schon nichts gesehen bisher, oder? Ne! Matudi! Sehr schön! Ramos! Silva! Auf der anderen Seite! Lukas! Vor der Halbzeit vielleicht nochmal ein Angriff jetzt! Mit dem 2-1 in die Halbzeit wäre super für uns! Aber nur für uns! Marta! Ist er fast durch! Dann gibt's den Rückpass! Ball wird rausgeschlagen! Calejón! Da kommt die Guaynische hinterher! Ja, Lukas! Guckt da nur zu! Oh! Schlecht von Ribéry! Lukas! Aus der zweiten Reihe! Aber drüber! Castilla ist jetzt nochmal mit dem langen Ball! Ich dachte, du wärst schon Nachspielzeit! Du machst mir den übelsten Druck, ey! Ja, natürlich! 1-1 geht doch auch! Ihr braucht hier nur 18 Punkte und ihr habt 16! Ja, du denkst... Bist du doof? Dir ist klar, dass es Unschienen nur einen Punkt gibt, oder? Was ist denn los mit dir? Das Fußballerfahrung! Oder das Mathe-Genie! So, Tevez! Rabeluz ist da! Ja, hält den Kopf hin! Mann! Raus die Scheiße hier! Ja, aufpassen! Ribéry schlecht geklärt! Marta in der Mitte! Abgeblockt! Von Ramos! Kroos legt ihn nochmal rüber! Raus auf Lukas! Total frei! Groß wieder in der Mitte! Groß! Alter, das gibt's doch nicht! Der kann nur Weitschüsse! Das ist so ein scheiß Weitschuss! Wichser, ey! Ich finde nur, dass der Guarín bringt! Und FIFA wieder! So, ruhig! Schön, Schweini! Um, 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 um! Schweini! Ja! Ja, Lukas! Das gibt's nicht! Nochmal! Nochmal Schweini! Hol ich den Ball da wieder! Jetzt! Ja! Ja! 2-1! Yes! Iguain! Du wolltest es doch, oder? Iguain! Komm! Ja! Leck mich am Arsch! Da gibt's den wieder in Führung! Oh, der Hype ist ja ganz wichtig! Yes! Iguain komplett frei! Den muss er machen! Den macht er! 2-1! Und jetzt ja nicht überrumpeln lassen! Bitte! Was passiert dir so oft? Ja, weiß ich! Heißt nicht umsonst den Wulf machen! So, ruhig! Halbzeitfisch! Puh! Boah! Leck mich am Arsch! Da geht aber der Kreislauf! Da geht der Kreislauf! Da geht der Kreislauf! Da geht der Kreislauf! Ich bin aber auch völlig fertig mit denen! Komm! Ja, ja! Komm! Ja, ja! Ich hab' auch noch was im Petto! Ja, versucht er jetzt mal durchzukommen! So, jetzt mal durchzukommen! Schweinsteiger passt auf! Endlich wach geworden! Die letzten fünf Minuten in der letzten Halbzeit und jetzt schöner da zu sein! Viel von ihm gesehen dann! Drei gute Pässe! Hol' ich den Ball dann wieder, dann die super Flanke und dann das 2-1! Ich hab' auch noch was moderiert denn der da gerade! Dann nimmt er den Fass noch huckgepackt und David Luiz tritt nicht an! Wird er auch nicht! Wird er auch nicht! Denkt er! Jetzt kommt die Wain! Ja, jetzt kommt die Wain! Ich kann Elfmeter eigentlich! Aber der Druck ist immens! Das ist quasi siemens! Boah! Echt jetzt! Iguay! Nein! Wird gehalten! Wird gehalten! Wird gehalten! David Luiz mit der Ecke jetzt! Tor! Nochmal nachlegen irgendwie! Nicht durchkommen lassen! Taktisches Foul! Irgendwas! Genau! Zieh am Trikot! Mach' ich doch schon! Der fehlt nicht! Jetzt nicht mehr! Ja! Ramos ist da und dann gibt's das Foul da vorne! Aufpassen da! Groß! Der kann sowas! Ich hätte mir das denken müssen nachdem er so weit da drüben steht! Aufpassen! Oh! Alter Cassias! Komm! Do it! Do it for the people! Stark von Ribéry! Schweini! Auf der West! Caléron! Schön gesehen! Mathieu Di! Jawoll! Lukas! Ja! 3-1! 3-1! Komm! 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 Schön gepasst! Schön gepasst! Schöne Passtafette da! Schön gemacht! Und dann ist... Hau ab! Ja! Ist echt so verpischlich! Mach mal Fenster auf! Dann geht die auch raus! Was ist das? Wo willst du die Fenster aufmachen? Ja! Ja! Mach halt mal! Ja! Mach halt mal! Und dann schick raus! Oder hau! Nein! Das ist ein Tier! Ja! Mann! Ich brauche keinen Elfmeter, Mann! Richtig! Das waren mindestens 6! So! Tevez! Tevez! Sehr gefährlich! Immer Tevez! Antwort! Oh ja! Le Tör! Ja! Tevez direkt da! Lässt er meinen ab! Und dann schickst du nur noch 3-2! Oh Gott! Lukas bietet sich da super an! Ja! Lukas! Immer noch Lukas! Jetzt in die Mitte! Langer Ball! Nochmal vielleicht! Nochmal! Und dann kriegt man den Ball da nicht! Schade! Nochmal nachlegen! Ja! Tevez! Lukas! Tevez! Ecke! Nein! Gibt's nicht! Hätte den Ball drin, Luis! Silber! Schweine mit der Hacke! Kann man so machen! Ja! Higuain! 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 Das gibt's nicht! Und dann gibt's nochmal Eckball! Diego Lopez! Holt da auch Dinger raus! Gaby Luis nochmal bei der Ecke! Diego Lopez kommt raus! Oh! Ja! 4-2! 4-2! 4-2! Higuain! Higuain! Egal wer! Kopfball Higuain! Wir zwei ganz wichtig! Kopfball Higuain! Higuain und Kroos! Ist mir scheiße! Hiko Kroos macht das Tor! Ist mir egal! Hugo Lloris! In mir egal! Ja! Kroos! Ein Tor! Geh schlafen! John Weasley! So! Komm! Obermeyang stoppen direkt da! Sehr schön! Matudi! Higuain! Jetzt sollte eigentlich nichts mehr schief gehen! Alter, das sind 20 Minuten noch! Jetzt sollte trotzdem nichts mehr schief gehen! Sachte er und dann war Obermeyang durch! Hu! Obermeyang ist ja daneben! Der Torwart ist ja ironischerweise bei denen wirklich gedopt! Weil der hat ihm ja so eine Aufwertungskarte gegeben! Schweini! Schön auf Ribéry! Jetzt direkt weiter! Genau! Tevez! War da eigentlich durch! Zieht nochmal auf außen! Ist alles Zeit! Sehr gut! Tevez! Und dann kommt die Flanke nicht so gut! Nicht optimal für die Mitspieler! Obermeyang wieder! Der versucht jetzt natürlich mit Pace da durchzukommen! Ah! Und dann schlecht! Aber David Luiz ist immer noch da! Und dann Casillas! Schön mitgespielt! Klärt den Ball so halbwegs da raus! Aber immer noch nicht gelöst aus der eigenen Gefahrenzone! Und dann gibt es den schlechten Abschluss im Glück gehabt! Casillas bleibt sicher und hält den Ball fest! Tevez! Direkt langer Ball von Casillas! Higuain! 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 Higuain auf Tevez! Und dann ist David Luiz da! Einen Schritt schneller! Hält den Fuß noch rein! Und jetzt gibt's! Klamour! Klamour! Das Spiel ist leider nicht entschieden! Ihr kennt mich! Silva! Silva! Bring nochmal einen Ball auf Obermeyang! Stell den Körper rein und klär den Ball! Natürlich! Genau so! Tevez! Überlegen auf Cali Horn und Tevez! 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 Gegen Diego Lopez! Das gibt's nicht! Und dieser! Und Diego Lopez bleibt stark! Obwohl er jetzt schon vier Sänger kassiert hat! Der ist so heftig gut drauf! Ich sag mal von FIFA-Verhältnissen hält er sein Spiel noch im Spiel! Marta! Außen aufpassen! Und da wird er gelegt! Da gibt's nochmal Freistoß! David Luiz holt sich jetzt die Gelbe ab! 81. Minute! Die Zeit läuft! Zwei Tore muss der Gegner machen! Ah! Jesus Maria, ey! Groß! Genau! Stell mal da einen Spieler hin! Ramos! Groß! Groß kann das! Das ist das Problem! Ilma! Raus! Puh! Kassias! Die Zeit läuft runter! Schlag den Ball raus! Auf! Higuain! Kann der den Ball zum Gegner bringen? Aufpassen mit David Luiz! Ja scheiß drauf, Mann! David Silva! Mach den Ball weg! Und jetzt geht's wieder diese Phase los! Aber Mathieu, die lässt sich davon... Tevez! 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 Ja! Nein! Und dann hält er ihn fest! Dann hält er fest! Dann hält er fest! Ich fass es nicht! Der ist echt übelst gut! Und Diego Lopez! Ja! 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 Kann ich mal! Nochmal! Was? Alle von ruhig! Okay! 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 Was macht der denn? Dann macht der den so brutisch fast! Kassias! Ja! Kommt da hier! Tevez dran! Nee! Es ist Zeit! Es ist Zeit! Ja! Geschenk Gottes! Schön! Komm! Kann er sich da durchsetzen? Kann er! Aber kann den Ball auch nicht kontrollieren! Schade! Tevez auf der anderen Seite! Leckt mich am Arsch! Tevez auf der anderen Seite! Tevez auf der anderen Seite! Jetzt im 16er! Legt ab! Und 3-4! Leckt mich am Arsch! Kann es doch nicht sein! Juan Mata! Ich hab ein bisschen Angst, wie viel Nachtspielzeit war! Ist scheißegal! Spiel! Spiel die Zeit runter! Abwech! Ja! Ribéry! Du gehst zur Eckfahr, ne? Ja! Do it! Nicht dahin! Mach irgendwas! Tu etwas! Ja! 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 Dann muss Tevez mit nach hinten! Und das ist Weltklasse! Ja! 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 Jawoll! Jawoll! Ja! 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 Wir sind zwei! Nee! Ja! Genau! Vai mich durch! Dieалиhy! Ja! 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 Wir haben es geschafft, man. Division 2. Meine Fresse, Zeit wo? Das Team ist einfach der Shit, man. Es wo Zeit? Jawoll! Lass die Coins doch regnen. Ich will rain on dem Haus. Und ich will es jetzt offiziell sehen. Weiß auf grau. Komm, man. Da ist es. Komm. Drück X. X. Jawoll! Endlich aufgestiegen. Ich sollte eigentlich nur noch Bier trinken, während ich spiele. Ich kann das einfach. Das ist das Skill, was ich mit Isaac erfunden habe. Oh mein Gott! Boah, der Druck, der hat gar nicht Herzplatte am Ende. Division 2. Ein Träumchen. Wir haben es geschafft. So, und jetzt direkt. Dürfen wir mal, oder? Wie viele Punkte brauchen wir? Wieder 18. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Wieder sechs Siege. Hab ich Bock, Mann! Dürfen Sie ein 1. Willkommen! Bis zum nächsten Mal. Goodnight.